Zu dem Thema Sehnsucht, Sicherheit lese ich aus Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wo finde ich Sicherheit? Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Diese Frage wird immer dringlicher gestellt und dann ist viel von Gott die Rede. Muss Gott nun herhalten, damit wir uns beruhigen können? Spricht daraus nicht die eigene Hilflosigkeit? Unser Vers steht in den Abschiedsreden von Jesus Christus, kurz vor seinem Tod. Er macht seinen Leuten nichts vor. Nöte, Ängste, Sorgen und unlösbare Probleme gehören zum Leben in dieser Welt. Jesus ist Realist, er weiß wovon er spricht, aber er bleibt nicht dabei stehen. Neben der Bilanz zeigt er auch die Chance. Und diese liegt im Vertrauen auf ihn. Viele meinen, das sei Theorie. Ich weiß es besser, Jesus Christus gibt meinem Leben Sicherheit. Aber was ist notwendig, um das persönlich zu erleben? Und der russische Literatur-Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn wurde einmal gefragt, woran letztlich der Kommunismus gescheitert sei. Und er antwortete, weil er keine Antwort geben konnte und kann auf die Frage nach Schuld, Leid und Tod. Diese drei Fragen gilt es zu beantworten, um getrost in die Zukunft gehen zu können. Für meine Schuld hat Jesus Christus bezahlt. Dafür gab er sein Leben. Ich weiß, wohin mit meiner Schuld. Ich darf sie ihm bekennen. Leid hat Jesus selbst erlebt. Er litt am Kreuz. Er starb. Und nur ein Gott, der leidet, kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Aber sein Tod ist der Anfang eines neuen Lebens. Seine Auferstehung ist die Garantie für das ewige Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, darf das wissen. Und das ist für mich kein billiger Trost. So ist der Tod nicht das Ende der Existenz, sondern die Durchgangsstation zum Leben in die ungetrübte Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus Christus. Und das ist christliche Hoffnung. Und dieses Wissen trägt wirklich durch. Und dieses Wissen trägt wirklich durch.